Hey, yo Leute, alles klar? Ich hoffe ja schon. Tut mir leid, Leute, das wird nicht so schön, aber YOLO. Ich bin mit mir nicht zu Hause, weil mein Haus wird ja renoviert, das wissen ihr ja. Aber ich bin im schönen Alberschwende, in einer schönen halben Villa. Das ist die halbe Villa, ich finde sie sehr schön und sehr groß. Und sehr fein, Leute, kann man ja nichts sagen. Aber ja, und jetzt zeige ich euch mal die wunderschöne Aussicht. Ich finde das sehr eine schöne Aussicht. Und schau, Leute, was ist da oben? Und das finde ich das Schönste. Da oben sind drei Kühe und die klingeln immer und das finde ich sehr schön. Ja, Leute, und ich bin noch bis morgen in Alberschwende, dann bin ich wieder in Lauterrach bei mir. Ja, Leute. Und wenn euch das gefällt, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich bitte. Danke.